Ich bin Merlin und ich begrüße Dich im mystisch-magischen Licht der Magie, auf das sie Dich beschwingt, erinnert, zentriert im Aspekt Deiner Schöpferkraft, der Liebe. Voller Freude spreche ich zu Dir. Voller Freude lade ich Dich ein, mit mir ein paar Schritte zu gehen, durch einen magischen Wald von unendlicher Schönheit, intensiven Farben, Gerüchen, Naturklängen. In der Natur, im Wald, findest Du den Ursprung und Schlüssel der Magie. Eins mit der Natur hat es begonnen, ist es zu finden, tief im Herzen Deiner Seele. Erkenne die unendlich vielen Spiegel, Tore, die Liebe. In jedem Winkel des Waldes, auch Eurer Wälder, sind wunderschöne Schlüssel der Erinnerung, des Zaubers versteckt, immer da gewesen, seiend auch heute und hier, einzig mit dem Herzen zu erkennen, möglich. Du kannst durch einen Wald gehen, und es geschieht nichts. Du kannst durch einen Wald gehen, und es ist wie eine Reise des unendlichen Zaubers und der Magie. Du kannst einfach nur Bäume und Blätter sehen, oder auch die Feinheiten eines jeden Blattes. Unendlich viele Tiere, Insekten, die Dir scheinbar zuvor noch nie begegnet sind. Aufblühen, heilen, lernen, es erneut in Dir erwecken, denn ich komme nicht als Lehrer zu Dir, sondern als Freund und Begleiter, erfahren und gelernt hast Du viel, tief im Innern, wenn Du Dich für die Magie interessierst. Bist Du ein Meister, eine Meisterin, und um Dich zu erinnern, bin ich jetzt bei Dir. Werde jetzt eins mit diesem Wald, eins mit diesem Zauber. Und ich werde die magische Energie Deiner Selbst jetzt in Dir verstärken. Und so bleiben wir hier stehen, genießend, lächelnd, fühlend und wissend. Und so öffnet sich nun das Buch der Magie wie von Zauberhand vor Dir. Und so kannst Du lesen, fühlen, Dich erinnern, auftanken und aufnehmen. Loslassen die Illusionen, loslassen die Ängste, loslassen die Zweifel. Denn Du bist die Liebe. Es geht um Liebesmagie. Dienend jedem Wesen, jeder Seele, Mutter Erde und dem Großen Ganzen. Es geht um Einfluss zu nehmen, in, aus und für die Liebe, die Schöpferkraft, total zu akzeptieren und zu leben. Um Dir selbst und dem Großen Ganzen zu dienen, die Schönheit wiederzubringen, den Reichtum, die Harmonie. Fühle Dein wahres Sein. O Du, meine Meisterin, mein Meister, bekennen uns. Öffne Deine Hände, halte sie mit den Handflächen nach oben vor Deinen Körper und empfange nun ein energetisches Geschenk, ganz und gar für Dich. Sei es ein magischer Stab. Von Edelstein oder Holz, sei es ein energetischer Stern, ein Kristall, eine blaue Feder, ein Hut. Ein paar Schuhe, eine Schachtel, Kiste, Kette. Nimm es an und fühle. Weiterhin ausdehnend Dein magisches Licht, diese hier, in diesem Wald, kraftvoll verankerten Energien. Und so nimm dieses Geschenk mit in Deinen Alltag, mit in Deiner Erinnerung, mit in Deinem Lichtkörper, in Deinem Herzen, auf das Du es nutzt. Auf das es das magische Kind in Dir weckt, auf das die Magie Dir wieder Freude bringt. Und in Leichtigkeit geschieht, mit einem Lächeln im Herzen und Gesicht, für Dich und alle Wesen. Und so lege ich nun meine Hand auf Dein Herz, auf das Du Dir selbst vergeben kannst, loslassen, was auch immer die alten Geschichten sind. Und so lege ich nun Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Heilung ist Und lass uns nun den Weg zurückgehen Den Weg zurück in Deine Welt, Deinen Alltag, Deinen Körper, Dein alltägliches Bewusstsein Trage das Geschenk und die Energien tief in Deinem Herzen Fühle die Ausdehnung Fühle die Ausdehnung Deines Mutes, Deines Vertrauens, Deiner Erinnerung Fühle dich selbst Und so danke ich Dir, dass Du bei mir warst Und wann immer Du es möchtest Kannst Du wieder hierher kommen Und wir werden ein kleines Stückchen gehen Uns unterhalten Lachen Und die Welt Zum positiven Frieden, Freude Schönheit In Leichtigkeit Verändern Dankeschön 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 Vielen Dank.